Wenn die Eltern es erlauben, dass man mit der Verlobten schreiben darf, darf man dann auch mit ihr schreiben? Ihr solltet eine Regel lernen, liebe Geschwister. Nicht alles, was die Eltern erlauben, erlaubt Allah und sein Gesandter. Zum Beispiel ein Ehemann sagt zu seiner Frau, Habibdi, ich erlaube dir, dass du den Hijab abnimmst. Ist diese Erlaubnis ausreichend, dass sie diese Tat vollzieht? Natürlich nicht. Deswegen, das ist eine Tür zur Fitna. Was man hier machen kann, wir empfehlen den Leuten, wenn sie zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe oder sonstiges machen, der Vater ist drin oder der Bruder oder irgendjemand, der einen verprügeln kann, wenn man was Falsches schreiben kann, dann ist das kein Problem, weil er theoretisch auch alles mitlesen könnte und man wird sich dann auch zügeln mit dem, was man schreibt.